Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Wie angekündigt wird es demnächst auf unserem Uni-Records-Kanal bei YouTube eine neue Reihe geben. Wir entführen euch in die Welt der Musik. Wir schauen für euch hinter die Kulissen. Es wird facettenreich, das verspreche ich. Heute geht es gleich los zum ersten Mal nach Sonnenfeld. Ja genau, denn dort wird, und da freue ich mich ganz besonders als Produzenten und Tonstudio-Betreiber drauf, ein neuer Produktionstisch für unsere Studie gebaut. Dann würde ich sagen, los geht's! Mein Name ist Stefan Moser, ich bin technischer Schreiner. Genau genommen ist der Schreiner Meister. Er ist derjenige, der unseren Produktionstisch mit uns zusammen entworfen hat und herstellt. Ein Teil von Music Customs und Inhaber der Firma Holz & Hobel. Meine Liebe ist die Maschinen und die Technik, über was man alles technisch aus Holz machen kann. Deswegen ist CNC-Technik meine Welt. Diese Liebe steckt auch im Detail, denn nur die Technik alleine wäre dazu nicht in der Lage. Er ist einer, der seinen Beruf lebt und liebt. Es ergänzen sich die Erfahrungen von Stefan Moser als Schreinermeister und Stefan Schnabel als Musikproduzent, dem zweiten Mann bei Music Customs. Mein Bestreben ist immer, möglichst technisch gute Lösungen für den Kunden zu erarbeiten. Wir zeichnen die Sachen 3D, ob vor Ort oder online. Wir bauen technische Möbel im privaten Bereich, im kommerziellen Bereich, im Homeoffice und professionelles Studio. Die Qualität beginnt bei Music Customs schon bei der Planung vor Ort und streckt sich über den ganzen Herstellungsprozess. Selbstverständlich auch im Material und bis hin zur Auslieferung. Und das Beste? Alles wird direkt beim Kunden aufgebaut. So auch dann bald bei uns, bei Unirecords Univision.